Hallo Leute, Willkommen zurück zu einer neuen Folge Starbound und der Taros hat sich gerade mit seinem Schiff hier in einem, in einem, ich weiß zwar nicht was das sollte, aber was ist das? Astroidenfeld, genau. Ich bin auswesend mit meinem Schiff geflogen, deshalb nicht wundern, wenn hier alles so leer aussieht. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt zum ersten Mal runter, wir wissen nicht, was uns erwartet. Und wir gehen jetzt runter. Ah, Alter. Interessant. Okay, hier ist die Schwerkraft irgendwie höher. Hä? Was ist da oben? Wieso ist denn am Astroidenfeld bitte die Schwerkraft höher? Was ist denn das für eine Logik? Oh, hier ist Kohle, das ist ganz cool. Wieso können hier Vögel rumfliegen? Und wir haben jetzt so einen Brain Extractor, den sollte ich mal ausprobieren. Das Gestein hier ist, glaube ich, ziemlich fest. Ja, ich will lieber kämpfen. Alter, ich erfriere. Ich bin hoch, ich bin hoch, ich bin hoch. Alter, was hast du getan? Scheiße. Biehn dich hoch. So hast du ja schon. Warte, ich komme eben auf dein Schiff. Guck mal, wir brauchen einen Anzug für das Astroidenfeld. Ja, und darum sind wir hier auf dem Planeten, um uns das auch zu holen. Alter, du bist so ein Spacko, ey. Okay, das ist gerade etwas in die Hose gegangen. Oh Mann, ey, was machst du denn jetzt da? Sollen wir uns noch unten graben? Schon wieder? Okay. Ja komm, wir finden doch bestimmt den Höhleneingang. Und ich brauche Pixel. Aber ich muss mir noch eine Spitzsacke machen. Wir brauchen alle Pixel. Ne, ich brauche auch besonders Pixel, weil ich immer noch keine Spitzsacke habe. Weil du die ganze Zeit stirbst, genau. War wir hier nicht schon? Hier sind wir vorher runtergegangen, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Wir gehen mit etwas weiter. Und mit etwas weiter meine ich ganz weit. Weit, weit. Oh, Geld. Oh, nee, quatsch. Oh, ich habe meinen Inventar aus. Warte, warte, lass mal, lass mal. Nein, nicht schlagen. Och, ich muss die doch mal. Jetzt bin ich auch noch vergiftet, du, du Homo-Führer. Das ist auf mich spezialisiert. Lass. Ist eh zu spät. Warte, ich brauche nur den Pixel. Boah, ich brauche echt Pixel, Alter. Ich habe nur noch 400. Und ich habe eine Diamantspitzsacke, juhu. Ja, komm, ey. Mann. Warum bin ich so oft gestorben? Keine Ahnung. Voll Dohle. Mein Inventar ist voll. Das gibt es gar nicht. Das ist aber schade. Cent to Trash. Das kann man behalten. Ein paar Waffen, die ich nicht brauche. Wenn es mir im Herzen wehtut. Hui. Aber in den Höhlen ist es eigentlich praktischer, wenn ich ein Handschwert nehme, ne? Bessere Reaktion. Dann hast du eine bessere Reaktion? Ja. Okay. Wenn du das meinst. Das kann sein. Wenn du das meinst. Ich nehme mich auch so zwei. Yeah. So, hier noch ein bisschen Koppern mitnehmen. Warte mal kurz. Was? Was macht der? Wo ist er hin? Ich guck mal gerade, was. Mach lieber den hier. Ich habe noch sechs Fuel. Alter, du hast das gar... Oh. Was ist das? Das heißt doch echt unmöglich. Den Bogen. Ich werde da nicht mal drauf reagiert, ey. Was machst du denn da auch? Ja, was mache ich denn da auch? Weißt du, weil... Oh, komm, wir fliegen zum Osteorinenfeld. Das ist super lustig. Da kann man auch bestimmt atmen und so. Atmen konnten wir doch. Nee, konnten wir nicht. Atmen doch. Konnten wir nicht. Nach einer Zeit kam diese Blubbelanzeige. Echt? Ja. Ist ja mies. Ja, ist ja mies. Die Idee gekommen. Jetzt können wir hier ganz, ganz tannere Kohle... Ja, wo bist du denn da so? Wir haben doch die Samen, ne? Ich pflanze jetzt mal hier alles voll mit Bäumen. Ich geh nochmal hoch und hol die Samen. Ja. Man, 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 einer muss ja immer hier vernünftig sein. Und das bist natürlich du. Ja, natürlich bin ich das. So, wie sehen die Dinger denn nochmal aus hier? Da. Haben wir nochmal davon? Wo bist du denn jetzt hingelaufen? Ich bin gerade auf meinem Schiff und hol jetzt nochmal die Samen. Hi. Ich weiß nicht, ob ich die da hinpflanzen kann. Du brauchst eine Hake, ne? Ich kann die nicht hier hinpflanzen. Ist das euer Ernst? Ähm, Quatsch, brauchst du ja keine Hake. Was labere ich denn? Ich kann die nicht überall hinpflanzen. Ne? Ich hab auch noch ein paar Momente. Ich glaub, ich muss Erde haben. Ach, komm schon, wieso kann ich die denn nicht hier hinpflanzen? Nur weil hier Eis ist, oder was? Warte, warte, lass, lass. Man muss das Ding damit töten. Ja. Komm, los. Ja, er will nicht, doch jetzt. Der braucht immer so lang. Warte. Das aussieht. Komm schon. Hä? Wieso hat der nicht getroffen? Ach, wieso willst du mich verarschen? Meint, ich tu das Ding und den Vorschwächen? Okay, jetzt ist es fast los. Okay, ich hab ein Brandschwert und sterben die. Alter. Mann. Was machst du denn auch? Wir brauchen ein Brain. Du hältst uns so auf, ey. Wir brauchen ein Brain. Hältst uns so auf, ey. Ein Brain. Ein Pinky und ein Brain. Alter, ich hab echt keine Lust mehr mit dir. Was? Ja, das ist ganz schlimm gerade. Eigentlich wollten wir uns ja nach unten graben. Ich glaub, hier ist eine gute Stelle für... Warte, ich glaub, hier ist eine Stelle für Pflanzen. Guck, eins hab ich hier gepflanzt. Da darf einfach keine Eisschicht drauf sein, glaub ich. Das ist ja kein... Das ist ja Sand. Ja, aber... Weißt du, was ich mein? So, warte, testen wir nochmal hier. Boah, das geht direkt tot, Alter, Mann. Ich versuche uns mal ein Brain zu holen. Okay. Du kannst ja mal ein bisschen nach Kohle gucken. Du hast ja immerhin auch die ganze Kohle... Äh, ne? Genau, hab ich alle eingesteckt. Ist alles eingesteckt, natürlich. So, dann fällen wir mal den Baum. Holz können wir nämlich gebrauchen. Und hier kann ich nochmal ein paar Dinger pflanzen. So. Läuft da gut oder wunderbar. Hab ich keine Erde dabei? Ich guck mal. Ach, hier können wir die überall hinpflanzen. Cool. Ich hab zwei Kohle gefunden. Geil. Sherry, Sherry, Lady. Alter. So, die Bäume brauchen wir nämlich. Für Kohle. Oh. Was denn? Ich will fliege zur Mond und zurück. Wenn du... Kannst du mal deine Frisse halten? Wenn du mein Blatt bist. So, jetzt geh ich mal hier hoch. Verrecke. Was? Du verreckst? Nein, ich hab gesagt verrecke. Zu einem bösen Monströsenvieh. Schief angeguckt. Ah, das ist echt so schwer, ne? Erde zu finden. Ne, so ein Brain zu kriegen. Achso. Wer da angerannt kommt. Ich hab gelesen, die Chance im Gehirn zu bekommen liegt bei 7%. Und ich bin vergiftet. Wenn man, wenn man, auch wenn man so eine Waffe hat. Gerade, wenn man die Waffe hat. Das ist ja der, äh, die einzelnen Möglichkeiten, ein Gehirn zu bekommen. Das hört sich alles voll dumm an. Da. Aha, 7% natürlich. Da war doch grad eins, oder? Ja, 7%. 7%. Genau aus diesem ver-fickten Grund mach ich das nicht auf. Das gibt's gar nicht. Das gibt es gar nicht. Zum ersten Mal mach ich so ein Ding auf. Und direkt Hur. Ah, falsch. Ihr stirbt, ey. Ich hab drei Stück schon geöffnet, oder so. Und das erste Mal. Und das hast du sowas von verdient, ne? Stimmt, man kriegt echt keine Lust auf, Lust auf, keine Luft auf Asteroiden. Ist ja, ist ja Wahnsinn. Ja, es wär auch irgendwie komisch, ne? Ja. Das ist natürlich jetzt super, dass ich gestorben bin. Aber dann guck ich mal, ob ich so ein Gehirn machen kann. Und das auf ein Schiff? Ja. Okay. Genau, kannst du nämlich mit Stahl machen. Ah, ich bin so blöd. Hier macht man das, glaube ich. So, wo ist das denn hier? Artifical brain, artificial. Fickle. Zack, und was muss ich jetzt... Wofür brauche ich das Ding nochmal? Für diesen Kopf, ne? Genau, für den Kopf von dem Roboter. Ich brauche noch Stiel und ein paar Pixel. Ja, Pixel sind unser größtes Problem. Sonst haben wir eigentlich keinen... Sonst haben wir alles... Also Stahlbarren habe ich ganz viel. Ja, aber für jedes Teil braucht man 400 Pixel. Und das ist unsere Aufgabe, 400 Pixel zu holen. Also müssen wir wieder mal durch die Nachtstreifen und Monster erledigen. Anders geht's nicht. Ja, das tun wir. Und wir brauchen Kohle noch. Weil wir müssen unbedingt auf einen anderen Planeten, damit wir da mal wieder neue Monster und neue Leute finden, die wir töten können. Ah, guck mal hier. One Shot. Aua. One Shot, natürlich. Pixel! Pixel! Pixel, Pixel, Pixel. Pixel. Warte, ich muss mal eben meine Bandagen holen. Ich muss natürlich gleich wieder neue machen. Ja, ich habe nur noch sieben Stück. Was machst du denn mit den ganzen Bandagen, ey? Ich kämpfe heute, ich bin ein harter Junge. Ja, natürlich. Schon wieder diese SimCity-Musik, ey. Ja, ne? Hat voll was von SimCity. Ja, hab ich auch überlegt. Ah, die beiden aggressiven. Nächsteigen Homoball, pass auf. Hallöchen. Zerburned. Was war das hier gerade für mega lecker? Ich nehme mal das Dinges hier mit. Zerburned. 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 Kohle. Tün-tün-tün-tün-tün-tün. Tün-tün-tün-tün. Mann, das war das Finale. Von? Ah, vergiftet. Genau, davon. Von der dritten Sinfonie. Oh, oh, nein. Ich spring natürlich genau da rein, weißt du? Voll ins Poison rein. Ja, voll ins Poison. Hier ist ein Todespunkt. Da bist du gerade gestorben. Aha, nicht lustig. Doch. Jeder findet das lustig. Jeder lacht gerade. Nein. Doch. Kohle. Wo? Weg. Baum. Komm hier, ich fang auf, ich fang auf. Ja. 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 Fast. Kannst du den Poison sehen? Hol mal. Ja, da steht. Nee. Hallo. Pixel. Pixel. Weg Pixel. Weg Pixel. I'm back show. One shot. Ich hab. Der hat doch nur noch ganz wenig Leben. Ich hab viel zu wenig Leben. Ja, ich hab auch noch viel zu viel. Das passt einfach von der Stimmung nicht mehr. Ja, das ist doof. Kohle. Hui. Was denn? Was hast du getan? Ich springe nur. Das springe hier ist voll kruch. Achso. Hui. Ja, das ist so hoch, ne? Ich bin mal gespannt, ob das noch höher geht auf einigen Planeten. Stimmt. Sprichst du da irgendwie so 20 Meter hoch. Baum fällt. Baum fällt. Baum fällt. Baum ist gefallen. Baum ist umgekippt. Baum ist tot. Baum fällt. Baum fällt auf mich. Nein, niemals. Baum fällt auf mich. Baum fällt auf mich. Yay. Warte. Tricksack. Kannst du mal aufhören? Tricksack. Lässt du das mal sagen? Das ist der Endschweil des Todes. Achso. Puts und zerburnt. Ah. Baum fällt. Autsch. Was ist das für ein Flummi, Alter? Alter. Alter. Komm her. Ich kann... Ich... Ich triff das Ding nicht. Wo? Bam. Ich habe absorbiert. Hast du das gesehen? Tricks Ding. Hast du diesen Sprung gesehen? Tricks Ding. Pixel. Boah, ich habe 178 Pixel. Yay. Da unten ist ein Endboss. Nee. Nein. Wo? Oh, Endboss. Den könnte man sogar vielleicht holen, weil der hier nicht rauskommt. Kommt er nicht? Ah. Was denn? So eine Truhe. Wie viele sind da drin? War nichts Großartes. Tschüss. Ach, nö. Ey, komm. Ich habe keine Pixel mehr jetzt. Ich baue den Kamerad ins Spiel. So. Oh, ich bin in den Poison reingesprungen. Boah, ich habe echt... Ich bin echt so... So tollpatschig einfach. Ich bin... Gar nicht. Ach. Und wieso habe ich bitte noch 123 Pixel? Das macht gar keinen Sinn. Ich verrecke die ganze Zeit. Warum denn? Immerhin kann ich ein bisschen Holz mitnehmen. Und hier sind neue Monster gespawnt. Huah, huah. So, nehmen wir den da auch mal mit. Hallo. Zack. Ich gehe jetzt mal hier runter. Ach komm. So einen Typen habe ich hier. Na komm, na komm. Komm. Langsam. Langsam. Schnell. Kann der jetzt mal aufhören? Okay, gut. 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 Alter, ist doch nicht wieder neu. Monster gespawnt. Na komm. Na komm. Also bei mir dauert es noch ein bisschen, bis ich den hier gekillt habe. Ein schleichender... Ach, du kämpfst ja gegen den, ne? Ja, kämpfen wäre übertrieben. Ich stehe überall und schieße auf die Pfeile. Spiel Start. Ja. Pixel, hallo. Komm mal her, mein Freund. Pixel. Hallo. Okay, manche geben... Manchmal geben die Pixel, manchmal geben die halt dieses Holiday Spirit. Hm. Oh, mega leck. Zack. Ich komme jetzt einigermaßen hier durch. 403 Pixel. Hui. So. Äh, genau ins Loch reingefallen, ey. Das gibt es doch nicht. Oh, Mann. Ja. Ich schäme dich. Ja, ja, ich schäme mich auch. Das tut mir voll lang. Schäme dich, Curry. Bam. Boah, ich die alle umhau hier. Alle. Last Shot. Bats. Ui, der hat was fallen lassen. Dim, didim, 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 didim. Ich mache die große Reise. Boah, diese SimCity Musik, ey. Rastle ich aus. Oh, hier sind Bäume gewachsen. Alter. Wie geil ist das denn? Was denn? Ich habe ein Schild bekommen. Achso, ja. Habe ich das letzte Mal auch gekriegt. Voll langweilig. Oh, ja. Braucht man gar nicht, ey. Das will auch mal cool sein, ja. Nee, bist du aber nicht. Hau ab, ey. Nee, hau ab, ey. Krieg ich mal weiter. Weil du kriegst es anscheinend nicht. Oh, Kohle. Ja, ja, komm. Hau ab, ey. Kohle. Schäm dich. Kohle. Irgendeine Folge muss ich Raute Schäm dich Taurus nennen. Nee. Doch. Nee. Jawohl. Niemals. Hi. Ich habe ganz viel Hals. Ich habe ganz viel Hals. Und du nicht. Ich habe ganz viele Pixel. Ich werde gleich ganz alleine wegfliegen. Oh, ich kann nicht wie übel das wäre. Aber ich kann mich auch gerne... Nein, das wäre voll übel, ne. Ich weiß, aber das wäre trotzdem voll übel. Oh, Geldkassetten. Eine Höhle. Cool. So, will man das doch sehen. So, wie viel Hals habe ich denn jetzt hier? Ganz viel Silber. Ich habe 320 Holz. Ja, guck mal an, ey. Guck mal an. Läuft doch. Da kann ich direkt wieder ein paar neue Pflanzen. Warte, da habe ich ein bisschen Erde dabei. Mach ich mal hier so eine kleine Plantage hin. Ja. Eine kleine Plantage, eine kleine Plantage. Okay. Sag nicht noch einmal dieses Wort, ja, oder dieses Satz. Ja, genau. Patz. So. Gegeben. Das war natürlich schlau von mir. Gegeben, mein Fuck. Was ist denn? Wieso bist du so aggressiv heute hier? Ja. 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 Kohle, 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 Kohle. Also egal, wo du Kohle siehst, immer schön mitnehmen. Ja, ja. Weil irgendein Idiot hat unsere ganze Kohle verbraten. Ja, ja, wer nur. Ja. Wer will sowas nur tun, ey? Das war bestimmt der, das war bestimmt der Dennis. Ja, das kann nur der Dennis gewesen sein, der war auch so. Richtiger Kachbar ist das. Ja. Soll ich, naja, nach Burger King verpissen. Nein. So, ich habe jetzt mal ein paar Blumentöpfe gepflanzt. Das ist nett. Das hat noch nie ein Mann für mich getan. Ich pflanze sie jetzt einfach alle. Ach, oh, ganz viel Kohle. Wie das aussieht, ey. Ah, Kohle, Ada. Boah, das gibt einiges an Holz, das kannst du mal glauben. Holz brauchen wir gar nicht mehr, die Tune. Natürlich brauchen wir Holz. Kohle ist das neue Holz. Nee, Kohle sammeln wir. Ja, deswegen ja. Ja, deswegen ja Holz, weißt du? Können wir Kohle machen. Ja, hallo, wir haben doch eh genug Blumentöpfe hier. Das ist aber, nee. Du machst es ja lieber auf so eine Scheißart, ne? Ja, ja, komm, ich habe dich durchschaut. Ich habe dich genau durchschaut. So. Ich habe nichts mehr zu holen. Voll lang das wird, ey. Okay, ich bin wieder da angekommen, wo ich schon mal war. Echt? Geil. So, ja, ich weiß, ich muss ein Ding ins Essen. Ess doch mal. So, dann pflanze ich mal hier wieder was hin. Autsch. Was denn? Ich kann da gehauen. Echt? Oh. Aua, schon wieder. Du armer, armer Junge. Junge. So, jetzt, Alter, wie viele Blumentöpfe das sind. Pff, zäh. Aber es gibt einiges an Holz, das kannst du aber lassen. Ich fähle hier auch mal ein paar Bäume noch. Ja, mach das mal. Oh, da sind schon die Bäume gewachsen. Also, das ist ja, Alter. Alter, das gibt auf jeden Fall einiges an Holz. Also, gleich dürfen wir kein Kohleproblem mehr haben. Oh, ne Kohleader, Kohleader, Kohleader. Oh, Mann. Kohle, Kohleader. So, ich holze da mal alles ab. Mach das. Jetzt haben wir gerade Pixel, um den Roboter zu bauen. So. Hi. Bisschen ärgerlich. Dip, 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 dip. Hi. Hi. Pixel, finde ich. Oh, ist ja ganz regnend. Echt? Bei mir gar nicht. Das ist bei mir, ne, ist bei mir so ein Pixel-Fehler. Pixel-Fehler, wenn es anfängt zu regnen? Ne, das, ne, das sah gerade so aus. Ach so. Da hat einfach nur die Welt nicht richtig nachgeladen. Muss man ja auch mal machen. Ja, natürlich, ja, natürlich. Man kann ja nicht alles haben. So, ich, so ist das Leben halt. Ja, natürlich, ja, natürlich. Ja, 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 ja. Guck mal. Kann sein. So. So. Wie viel Holz hab ich denn jetzt? Jetzt bin ich mal gespannt. 10. 617. Joach. Oh, ich hab viel mehr. Ich hab immer dreimal mehr als du. Das glaub ich nicht. Das glaub ich nicht. Schön einfach. So kann man doch auch mal Kohle farmen, oder? Nein. Natürlich. So machen es die schlauen Leute. Die schlauen Leute besorgen sich gerade Pixel. Nee. Damit es mit der Story weitergeht. Ja, und die Story brauchen wir auch Kohle. Niemals. Jawohl. Ich halte dich für ein Gerücht. Ich halte dich für ein Gerücht. Ein gut riefendes Gerücht. Oh Gott, Alter. Ja, wir haben wieder spät heute. Ja. Es ist mittlerweile schon wieder kurz nach 0 Uhr. Oh, und wir haben gerade, ich merke, es ist ganz wichtig. Nee, wir haben kurz vor meinen Rücken. Warte, ich nimm noch die Bäume mit. Ich auch. Nur die Kohlenbäume. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Die paar noch. Nee, 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 nee. Ich halte die Bäume. Jetzt komm schnell. Ab, 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 ab. Fall um. Du fällst auch mal um. Und du fällst auch mal um. Alter, wie viel Holz. Eisen, 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 Eisen. So, ich wäre bereit. Ich wäre bereit für das Folgenende. Was? Boah, ich habe 965 unverarbeitetes Holz. Ich die mir schon mal in den Ofen rein. Nicht, ah, es leckt. Was denn? Der Server hat gerade irgendwie nachgehangen. Okay. Na dann. Autsch. Wenn du meinst. Alles wieder relativiert. Wow. Alter. So, das schmilzt jetzt erstmal. Das wird erstmal ein bisschen Kohle geben. Und wir haben ein Brain. Wir haben ein Brain. Stimmt. Was brauchen wir nochmal dafür? Ich gucke mal gerade. Geh mich mal gerade wieder zu deinem Schiff hin. Wir haben, wir brauchen Pixel 400 könnte ich machen. Steelbar. Hast du noch ein paar Steelbar? Gib mir das mal bitte. Was wolltest du machen? Ich wollte den Roboter-Kopf schon mal machen. Den Kopf. Gut, dann mach. Obwohl nicht. Ich spei. Dann mach du den lieber. Ich spei erstmal auf meine Spitzhacke jetzt. Stimmt. Genau, dann übernehme ich mal den Roboter. Warte, dann gib ich dir der Brain. Hier gibt es eine Raffinerie, die ich bauen kann. Ich habe das Brain gar nicht. Doch, habe ich vorhin. Was macht man denn mit einer Raffinerie? Hier, da ist ein Brain. Ich glaube, das finden wir in der nächsten Folge raus, oder? Ja, das machen wir. Okay, dann gucke ich gleich mal, was es mit der Raffinerie ist. Da ist ein Brain. Oh. Willst du ein Brain haben? Da ist ein weißes Brain. Oh, schäm dich. So. Alles klar. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss. Tja, Freunde. Jetzt sind wir ein bisschen auf der Suche nach Kohle, weil der gute Herr Taros ja unbedingt meinen musste, auf ein Meteoritenfeld zu landen. Super. Super. Wow. Taros, das Gedankenblitz, das war einfach der Wahnsinn. Und er hat dann noch nicht mal mit einbedacht, dass wir dann zum Beispiel irgendwas wie ein Raumanzug dafür brauchen. Ne, wir können da einfach rumjummen und können einfach so atmen. Das geht einfach. Das ist normal. Das hat ein Asteoritenfeld so, oder Meteoritenfeld so an sich. Ach, Taros, ey. Ich, äh, ich, 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 ich weiß, ich weiß doch auch nicht mehr. Hilf mir da raus, bitte. Ich will nicht mehr mit dem Spiel. Ich, äh, ich, 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 ich,